In diesem Video zeige ich euch, was die 101er mal gemacht haben oder immer noch machen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen bei diesem Video. Bekannt ist ja die Baureihe 101 für seine Intercitys. Okay, dieser Zug, der da gerade vorbei fährt, der zählt zu dem Zeitpunkt als Intercity, weil zu diesem Zeitpunkt es nicht mehr die Munichs mit der 101 gab. Diese ist 101 und 104, die vorne dran war und hinten 101 und 85, die hier gerade mit einem Intercity den Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen. Die vorhängerin der 101 war die 120 und die 101. Im Regelbetrieb kamen 120 noch bis Juni 2020 zum Einsatz, wo manche Intercitys mit 101 und 120 im Sandwich geschoben oder gezogen wurden. Hier eine 120 am Stuttgarter Hauptbahnhof im Jahr 2020. Es gab auch Überführungstuge von mehreren 101, also wie hier am Heidelberger Hauptbahnhof im Jahr 2021. Damals fuhr 101, 058 mit 01, 007 von Heidelberg in Richtung Stuttgart. Genauso wie hier, bloß, dass das an einem normalen Intercity war, wo die Bahn noch eine zweite 101 hinten dran geklatscht hat. Natürlich meine ich hier nicht, wenn eine Lok voraus ist, dann ein Steuerwagen und dann nochmal eine Lok. Dies meine ich nicht. Ich meinte jetzt so wie hier in diesem Beispiel zwei Loks hintereinander. Ebenfalls gibt es auch PBZ-Züge. Das bedeutet, das sind interne Überführungszüge, die bestehen aus Blocks, früher auch mit anderen Baureinen, zum Beispiel 110 oder 115. Hinten dran hängen dann oft Intercity-Wagen, früher auch N-Wagen und Doppelstockwagen. Und hier seht ihr gerade 101, 005 und 101, 003 mit ein paar Intercity-Wagen. Leider wurden auch schon Loks verschrottet, zum Beispiel 058, 112, 106, 119, 122, 140 und noch ein paar andere. Natürlich gibt es auch Werbeloks, der 101er, aber das ist nur ein Teil. Es gibt noch ein paar andere. Zu guter Letzt hätten wir einen Zug, der euch bestimmt bekannt vorkommt. Der alte München-Nürnberg-Express. Dieser fuhr bis Mai 2021 im Zwei-Stunden-Takt mit 101 und rot lackierte Intercity-Wagen. Dieser fuhr auf auf der SFS zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Seit Mai 2021 verkehren dort Skoda-Züge mit der Baureihe 102. Untertitelung des Zwei-Stunden-Takt